Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is strange. Hier fahren wir mit Chloe gerade auf ihren... ... in der Clubhouse? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwo ein. Wie viele Mal werden Sie mich verletzt? Das ist auf Sie und wie gut Sie in dieser Phase des Testes machen. Willkommen zu amerikanischen Rust. Mein Haus, weg von hell. Rauh und rauh. Es suitzt Sie. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also super-sized? We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with the test. Yo. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find five bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us five bottles. Ready, please? Okay. Dann suchen wir mal fünf Flaschen. Während wir uns hier weiterhin umgucken. So. Ähm. Oh. Okay, hier. Chloe wäre spät dran. Was sonst? Aber ich wäre froh, Joyce wiederzusehen. Das Dinner ist wie ein Museum von dem, von den Kunden abgesehen. Noch besser. Das Essen hat sich nicht verändert. Joyce schien zu, schien sich zu freuen, mich zu sehen und machte mir keine Vorwürfe wegen der Funkstille. Nach Williams Tod wollte sie ihr Leben weiterleben mit einem neuen Ehemann. Chloe will das nicht akzeptieren. Natürlich meckerte Joyce mich dafür an, dass ich mit meinem Hasch schlecht auf Chloe eingewirkt habe, obwohl sie selbst nicht überzeugt schien, dass es wirklich meins war. Was sollte ich sagen? Ich sehe sie, David, wirklich, auch wenn ich nicht verstehe, warum. Das Frühstück war die Standpauke wert. So viel Drama und ich bin noch nicht mal mit dem Frühstück fertig. Chloe tauchte endlich auf. Wesentlich besser gelaunt, als man nach einer Nahtoderfahrung erwarten würde. Ich sehe sie gern lächeln. Aber dieses Lächeln bedeutet Ärger, da sie nur noch wollte, dass ich ihr meine Kraft beweise. Also tat ich genau das und kam mir großartig dabei vor. Bis ich mich nach zu viel Zurückspulen schwach und zittrig fühlte. Ich hatte sogar Nasenbluten beunruhigend. Ja, bin ich auch der Meinung. Oh, Joyce! Nach fünf Jahren mit Joyce Price zu reden, war fast so abgefahren, wie Chloe wiederzusehen. Besonders im alten Two Whales Diner. Das Klappern von Besteck und der Geruch von Bacon versetzten mich in meine Kindheit zurück, als ich zum Frühstück mit meinen Eltern da war. Ich erinnere mich, wie sie Chloe immer anlächelte. Auch beim größten Unsinn. Jetzt lächelt sie nicht mehr über diesen Unsinn, aber sie plänkeln immer noch wie Mutter und Tochter. Ich zog so kurz nach Williams Tod nach Seattle, dass mir entging, welche Wirkung er auf Joyce hatte. Ich bin froh, dass sie mir meine Selbstsucht vergibt. Ich erinnere mich noch, wie Chloe und ich ihn das letzte Mal sahen. Wie oft Joyce diesen Tag wohl durchlebt. Das ist die schlimmste Art des Zurückspulens. Ohne Kontrolle. Wenn ich zu diesem Moment zurück könnte, was würde ich tun? Kaum zu glauben, dass sie David Madsen geheiratet hat. Krasse Gegensätze. Sie liebt ihn offensichtlich so verstörend, wie das auch klingt. Vielleicht wollte sie sie nur mehr Struktur in ihrem Leben, aber das funktioniert mit Chloe nicht. Ich hoffe, die beiden behandeln sie gut. Joyce verdient das Beste. Ja. So, ich will jetzt wissen. 1, 4, 2. Okay. Darauf muss ich auf jeden Fall achten. Da muss ich ein Foto von machen. Okay. Ein Reh vielleicht auch. Immer noch das Croissant. Das Croissant muss ich doch locker hier irgendwo finden, oder? Ah. Ist schon ein Argument eigentlich, ne? Ich will nicht lang gehen. Okay. Da können wir nicht lang gehen. Alles klar. Das heißt, ich kann auch nicht hinter dem Auto lang gehen, um da irgendwie... Nein, kann ich nicht. Okay. 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 Geh, Hushpuppies. Dein Ernst? Klingt schon irgendwie komisch. Oh. Ah, 142. Alles klar. Äh. Oh. Hä? Warum kann ich kein Foto machen? Jetzt. Lol. Ah. Bepixelt. Errungenschaft. Alles klar. Gut, hier haben wir unsere erste Flasche, wie es aussieht. Ansehen. Schau, was wir hier haben. Eine süße kleine Bottele für die Gelegenheit. Stuhlige Bottele. Kiste. Ah. So, und jetzt kann ich mir die Flasche easy holen. Easy. Sehr nice. Flasche Nummer 1. Ja, es wäre schon irgendwie nice zu abfahren. Die alte Kamera. Okay, cool. Ja. Die arme Kamera. Gut, kann ich nicht irgendwie fotografieren oder so? Nee. Scheint nicht so. Okay. So, da ist eine alte Puppe. Ach, da ist Chloe. Genau. Okay, da gucke ich gleich. Hier gucke ich gleich lang. Ich gehe erstmal hier überall lang. Wie lange hat die Kamera? Hatte ich gerade? Hemd. Ja, komm. Das kann ich mir schon mal angucken. Ein Hemd. Du findest ein Hemd gruselig? Ich finde die alte Puppe wahrscheinlich eher gruselig. Aber die habe ich mir noch nicht angeguckt. Also kann sie ja auch noch nichts dazu sagen. Ja, doch schon einiges, würde ich sagen. Was haben wir hier noch so überall? Nichts. Okay. Ich gehe wirklich außen rum, kann ich nicht laufen. Bin ich hier? Ich muss hier noch ein Reh fotografieren. Graffiti. Nein, der Dartscheibe habe ich da eben gesehen. Eat shit and live. Alles klar. Bögelchen. Lagerfeuer. Und noch eine weitere Flasche. Nice. Ja, das ist unlucky. Bisschen länger. So. Mich Flasche hatte ich ja aufgenommen. Genau. Alles klar. Und ich habe einen Warren SMS. Ein Warren SMS. Alles klar. Das hier auch. Ja, wir lassen so den Affen raus. Nürnberg ist 100 Kilometer. Wir sollten von 5 losfahren. Aber sowas von. In deiner neuen Karre. Wir müssen Popcorn fürs Autokino mitbringen. Vielleicht sollten wir vorher wo essen gehen. Oder was anderes. Egal. Lasst den Affen los. Zu spät. Okay. Alles klar. So, hier komme ich gleich zurück zu Chloe. Glaube ich, ne? Ich will nicht, dass du da weg gehst. Okay. So läufst du halt nicht den Weg. Ähm, hier ist auch nichts mehr, ne? Ich habe jetzt nichts. Gesehen. Da ist noch was. Okay, Out of Rack. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Hm. Ich könnte dieses Board als Brücke benutzen. Das sieht nicht zu heavy. Wofür denn? Eine Brücke? Äh, 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 meine Stimme, Kattenabbel! Eine Brücke bauen? Was? Wofür? Oh, noch mehr. Chloe was here. Rachel was here. Oh. Oh, es hat doch locker was mit Nathan zu tun, oder? Ich will sterben. Oh, jeez. Wer hat das geschrieben? Okay. 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 Three down, two more to go. Talk about finding a bottle and a haste there. Fuck you, he is you. Ouch. Rachel songs. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. Bestimmt doch, 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 ich glaub schon. Sie waren wirklich Bestie. Das könnte ich als Rachel gewesen sein. Ich kann nicht, dass Chloe mit Make-up spielen spielen. Ist schon schwer. Sich zuzustehen, äh, zuzu, zu, was, sich das vorzustellen. Was ist denn mit meinem Deutsch halt das? Ach nie, ey. Meine Tatscheibe. Mann, ich will die haben. So, ähm. Stuhl und da oben ist eine Flasche drauf. So, hier war das Hemd. Alles klar. Hier ist die alte Puppe. Das Autowrack. Das stimmt. So, dann gucken wir nochmal kurz die alte Puppe an. Oh, poor thing. They left you here all alone. Das ist definitiv das Gruseligste hier. Nicht das Hemd. Diese Schäden sehen schon frisch. Vielleicht hat schon vor uns hier jemand geballert. Ah, hier kann ich die... Ah, hier kann ich die Brücke bauen, wenn ich hier hochrenne. Okay. Das Autowrack. Hier ist die Planke. Ganz easy hochgenommen. Schwere als erwartet. Trotzdem noch... Easy, leicht. What? Alles klar. Die Brücke ist ein bisschen brenger. Das ist die Brücke. Das ist eine Brücke. Und der Moment war. Despite all the chaos and bullshit I feel so giddy hanging out with her again So happy Like we've both gone back in time Max, danke für deinen Ratschlag zur Polizei zu gehen und ihnen alles über Nathan zu sagen Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel Du machst mir Hoffnung Kate, ich bin auf deiner Seite Bitte erwähne mich nicht mehr als nötig Ich habe hier schon eine schon so eine Menge Ärger Und danke fürs Drangehen vorhin Ich stand kurz vorm Weinen und brauchte eine Freundin und du warst für mich da Wie immer Es war gut, dass wir herangegangen sind Unten sind noch Spritzen die muss ich mir angucken Ich brauch die Spritzen Alles klar, ok Spritzen Oh, gross So stürzendend zu sehen, die alte Spritzen auf der Grunde Ja, ist echt so Ok, hier waren wir jetzt überall Das heißt, wir müssen noch da vorne hin Da gleich lang Hier krieg ich hier noch irgendwie was Ich will nicht lang gehen Ich will nicht lang gehen Können wir nicht eine unsichtbare Wand haben? Nein, ich will nicht da gehen Kann ich mal da in die Ecke gehen? Was? Alter Come on Ist ja wie hier So eine unsichtbare Wand Ich will nicht da gehen Ist viel einfacher Als immer wieder so Nö Echt jetzt? Ja, gleich nachdem wir uns da alles angeguckt haben Ja, gleich nachdem wir uns da alles angeguckt haben Das sieht nicht real aus irgendwie Kontrastumfang Sag ja, es sieht nicht real aus Ha Was hat das zu bedeuten? Ja gut, wir werden es noch früh genug erfahren, Leute Würde ich mal meinen Einsetzen? So, ok Dass sie sich das Bild aber auch gerade nicht angeguckt hat Das wundert mich so ein bisschen, aber ok Belassen wir es dabei, soweit Hier haben wir noch Kleidung Wow Hier noch irgendwas Ja, das Schild Davon können wir auch kein Foto machen Nee, schaut nicht so aus Nicht immer wieder Danke Sonst nichts mehr hier? Nee Alles klar, dann können wir jetzt zu Chloe laufen Beziehungs Ja doch, das machen wir noch in der Partie Ich weiß noch nicht, wie lange Was so dauert Wenn es speichert Ab dem Punkt, ab dem wir die Flaschen abgeben Dann beende ich hier den Part Wahrscheinlich Danke, Max Warte, noch eine andere für die Straße Ich muss mich auf den Punkt Du bist so, was das? Wir werden alle diese Bauten ohne eine einzige Bauten Bauten Du musst mir helfen Bauten 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 Ich muss dich erstellen Bauten 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 Hä? That was so fucking cool! Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Hold the trigger. Jetzt stück mal nach oben. Aim slightly above. Right between the eyes. Watch out, Ethan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I wanna get creative here. Give me something to shoot, Max. Hello, what should I shoot? Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Hella yes! Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like, never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Dude, I need a target before I shoot. I wanna see that windshield go down. Watch out for flying glass! Yeah! Yeah! You guys better run for cover! Yet the bottle remains. Okay. Watch out for flying glass! So, ne, ich muss... Ah! How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Uber cool. I cannot believe this is for reals! My best friend is a superhero! Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Max, your nose! Damn! I don't feel so super... Max! Gespeichert, Leute! Gut, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns bei... Das... Nächste Mal wieder! Ouch! Ich muss zum Friseur. Da rein!